Die Vorurteile Autos aus Korea seien billig und altbacken gelten längst nicht mehr. Mittlerweile punkten sie in Design, Leistung und Verarbeitung. Der neue Hyundai i30 kommt nun als Mild-Hybrid auf den Markt. Wir nehmen den Kompaktwagen in unserem Fahrbericht in vier Punkten unter die Lupe. Design Yundais Design-Zentrum sitzt in Rüsselsheim. Dort wurden ihm die schmalen LED-Scheinwerfer, der breite Kühlergrill sowie die großen Lufteinlässe verpasst. Der dazu flache Keil mit sanftem Schwung um die Hüfte und einem markanten Gesicht verleihen ihm einen sportlichen Look. Auch der Innenraum wirkt trotz viel hartem Plastik einladend. Der Fahrer lässt sich in einem bequemen Komfortsessel nieder. Großzügige Glasflächen sorgen für gute Rundumsicht, die Heckscheibe dürfte allerdings etwas größer sein. Platzangebot Für Fahrer mit langen Beinen ist vorne genügend Platz. Auch auf der Rückbank stoßen großgewachsene Mitfahrer nicht mit dem Kopf an die Decke. Der Kofferraum bietet eine überdurchschnittliche Ladefläche. Bei umgeklappten Sitzen entsteht allerdings eine hohe Ladekante. Motor Unser Testwagen war mit einem Benziner mit 4 Zylindern und 1,5 Litern Hubraum ausgestattet. Die pfiffigen 159 PS sorgen für eine Höchstgeschwindigkeit von 210 kmh. Die Batterie ist nur 0,44 kWh groß. Fahrgefühl Die weich gedämpfte, aber straffe Federung sorgt für viel Komfort, auch auf langen Strecken. Die elektrisch unterstützte Lenkung ist zielgenau und direkt. Mit dem i30 ist man spritzig, aber gelassen unterwegs. Fazit Der Hyundai i30 ist ein komfortables, gut ausgestattetes Auto, das keineswegs billig ist, dafür jedoch preiswert. Der Hyundai i30 ist ein komfortables, das keineswegs billig ist, das keineswegs billig ist. Der Hyundai i30 ist ein komfortables, das keineswegs billig ist. Der Hyundai i30 ist ein komfortables, das keineswegs billig ist.